Hey Leute, was geht ab? Hier ist wir, euer Lil Blast, mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, Leute, heute mal wieder seit langen Ninja Legends, wie man kennt's. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu zu verpassen. Und gerne Daumen runterlassen, Leute, würde mich jedem so freuen. Und da würde ich sagen, hier geht ein Objektierend rein. Da ist mir A-Carry genommen. Und jetzt spiele ich mit einem Charakter, den ich seit lange nicht mehr gespielt habe. Und zwar Jinx. Die gute alte Jinx. Die gute alte Jinx. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die Ducks auswählen, dann könnt ihr auch direkt reingehen in Scam-Sunkie. Einfach, der Ladebildschirm hat sich auch richtig geil verändert. Anders nice. Haha, cool. Ist sehr geil. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe das schon gemacht. Früher, Starus ist gerade verreckt. Ein weiteres Mann. Das sind alle so scheiß. Oh mein Gott. Das ist unglaublich, Alter. Das ist genau so. Hier ist die Schicksale. Ich habe eine große Herausforderung. Ja, das ist in der Karte. Was ist das? Oh mein Gott, der ist die Schicksale. Alter, das ist unglaublich, wie bad die Lux ist. Ja, ich kann ja nix machen, die steht ja 7, ja geil, was soll ich denn da jetzt noch machen können, Alter, dieses Game ist so falsch, ne. Die Lux ist so scheiße. Leute, allein schon solche Mails, Alter, die machen mich so bad. Die Lux ist so scheiße. Die Lux ist so scheiße. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Cool, die Sits bringen mir viel. Nice. Okay. Das war's für heute. 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 Na, 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 na. Das war's für heute. 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 ja chillig ob wir das noch gewinnen können sieht bis jetzt echt nicht gut aus ich stehe zwar nicht mehr so ganz scheiße wie vorher aber jetzt ist scheiße junge 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 die ist viel zu stark ich kann da gar nichts gegen machen so richtig außer wenn ich mir jetzt blut dass der blatt ist aber für mich noch knapp 100 münzen so dreck es ist ja Ach nee. Junge, doch kauft sich hier die Streckseite. Bis hin. Das ist E-Kraft. 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 Das ist E-Kraft.